Das Radisson Blu Hotel Allesund liegt in Allesund in Norwegen. Das Radisson Blu Hotel Allesund ist beliebt unter den Gästen, 83% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 7 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Service 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer Sauberkeit Häufiger Wäschewechsel Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5 von 6 Sonnen. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel Allgemein Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.